Aber ich habe von klein auf immer gelernt, wenn du was erreichen willst, dann musst du auch was dafür tun. Mach das für die Menschen. Und das war für mich auch nochmal sehr, sehr überzeugend, auch aus dieser Perspektive. Das ist für mich eine Führungsmethode, sozusagen die richtigen Prioritäten zu haben. Der Mannschaft Orientierung zu geben, auf was kommt es an und welche Sachen lasse ich erstmal weg. Hallo und herzlich willkommen, lieber Oliver, zu unserem Young Economist Podcast. Schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Ja, für mich ist das eine große Ehre, hier dabei zu sein. Und es war für mich schon immer wichtig, auch jungen Leuten was von meiner Erfahrung mitzugeben, weil junge Leute sind die Zukunft. Und ich schätze es sehr, wenn junge Menschen engagiert sind, für ihre Ziele einstehen und Sachen dann umsetzen. Das freut uns sehr zu hören. Wir haben unser Format, dieses Format ins Leben gerufen, weil wir eben vielen jungen Menschen die Möglichkeit geben wollten, Einblicke zu bekommen, wie das Leben von solchen herausragenden Persönlichkeiten, wie du es eben bist, eben zu kriegen. Und viele junge Menschen haben eben nicht die Chance. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt in den Sinne. Oliver, nimm uns gerne einmal mit. Du bist in einer ganz besonderen Rolle. Oder du bist der Chef von zwei riesigen Konzernen. Wie sieht da so ein Alltag aus? Gibt es so eine typische Oliver-Blume-Woche? Ja, für mich ist erstmal ganz, ganz wichtig, einen klaren Plan und eine präzise Organisation dahinter zu haben. Und ich organisiere mein Leben so, dass ich mir in jedem Jahr überlege, was sind für mich die wichtigsten Prioritäten. Und beruflich, aber auch wie privat. Und die finden dann auch den entsprechenden Raum im Kalender und sind dann fixiert. Und von dieser Organisation gehe ich dann zurück und mache meine Monats- und Tagespläne. Und wenn wir das jetzt mal auf die beiden Unternehmen beziehen, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, zwei DAX-Unternehmen dort zu führen. Und dort habe ich auch eine klare Aufteilung. Bei mir ist beispielsweise der Montag. Das sind immer Vorstandssitzungen oder Produktmeetings bei Porsche. Das gleiche mache ich am Dienstag im Volkswagen-Konzern. Und dann halte ich mir den Rest der Woche flexibel. Das ist natürlich im Kalender auch immer vorgeplant, was dort stattfindet. Es gibt aber keine Blaupause dann für die jeweilige Woche. Es gibt dann mal eine Woche, wo ich dann schwerpunktmäßig mehr im Volkswagen-Konzern unterwegs bin. Oder es gibt mal eine Woche, wo ich dann sperrpunktmäßig bei Porsche unterwegs bin. Übergeordnet kann ich ungefähr sagen, dass ich so Hälfte meiner Zeit für den Volkswagen-Konzern verbringe und die andere Hälfte für Porsche. Und manchmal Themen dann auch miteinander verbinde. Was ich super spannend finde, ist diesen Aspekt, den du beschrieben hast, wie du vom großen, vom Big Picture immer weiter rein suchst. Wie viel selbstbestimmt ist das bei dir noch? Weil das ist ja eigentlich ganz spannend. Wir haben häufig die Erfahrung gemacht, man denkt, wenn man der Chef ist, kann man alles selber entscheiden. Aber du hast ja wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Termine, Verpflichtungen. Hast du das Gefühl, dass du wirklich deinen Plan noch frei entscheiden kannst? Oder wie viel Prozent sind irgendwie fixe Termine, Meetings, die du einfach machen musst? Ja, ich liebe es, selbstbestimmt zu sein. Und das hängt dann auch wieder ganz stark damit zusammen, wie gut du dich organisierst. Und die Themen, die mir wichtig sind, die finden diesen Raum im Kalender. Und es kommen natürlich dann auch Verpflichtungen dazu, die man damit verbindet. Aber in Summe ist das für mich schon so, dass ich meinen Kalender komplett selbst gestalte und eben auch genau sage, was möchte ich machen, was möchte ich nicht machen, wo lege ich die Prioritäten. Und ich glaube, erfolgreich zu sein, gut organisiert zu sein, hängt ganz stark damit zusammen, für sich klar zu haben, was ist dir persönlich wichtig. Fokus. Und das ist der Fokus. Und das war für mich dann auch ein ganz wichtiger Ansatz, als ich dann die Aufgabe im Volkswagen-Konzern begonnen habe, klar zu analysieren, was ist das Big Picture, wo steht der Volkswagen-Konzern und auf was will ich mich fokussieren und in welcher Schrittfolge will ich das machen? Ja, das hatten wir gerade schon mehrmals angerissen. Und zwar, du vertrittst den Volkswagen-Konzern als Vorstandsvorsitzender, genauso den Porsche-Konzern. Was ich mich gefragt habe, ist, ein Job alleine würde den meisten schon ausreizen, du hast weiterhin beide Jobs. Warum hast du, nachdem du im September letzten Jahres den Vorstandsposten bei Volkswagen übernommen hast, nicht den Porsche-Posten sein lassen? Ich habe mir das sehr genau überlegt, in der Entscheidung, den Volkswagen-Job zu übernehmen, als ich dort gefragt wurde. Und für mich war immer klar, dass mein Herz an Porsche hängt. Ich bin jetzt seit über zehn Jahren hier, habe unheimlich viel mit der Mannschaft erreicht. Das hat für mich eine große Bedeutung. Und habe dann für mich nochmal abgewogen, den Volkswagen-Konzern kennend, was ist das richtige Modell, diesen großen Volkswagen-Konzern zu führen. Und da war für mich ein ganz wesentlicher Aspekt, weiterhin auch ein operatives Geschäft zu führen. Das hat den großen Vorteil, sehr, sehr eng an den Technologien zu arbeiten, sehr eng an den Prozessen mit enger Verbindung zu den Menschen, um dann in der Lage zu sein, strategisch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das hat etwas mit Glaubwürdigkeit zu tun. Das ist gerade in so einem großen Unternehmen auch so, wenn man dann parallel eben diese Glaubwürdigkeit hat, eben auch selbst Operativthemen umzusetzen, dann gibt einem das nochmal eine ganz andere Power im Großen, das Ganze zu machen. Und für mich Auslöser, dann auch für die Entscheidung zu sagen, ja, ich übernehme den Volkswagen-Konzern, war für mich auch eine Frage der Verantwortung. Ich bin seit 30 Jahren im Unternehmen, habe in vier Marken gearbeitet, bei Audi, bei Seat, bei Volkswagen und bei Porsche. Und ich persönlich fühle mich verantwortlich und habe auch, denke ich, einen sehr, sehr klaren Plan, was in diesem Konzern zu tun ist, um ihn für die Zukunft erfolgreich aufzustellen. Und ich habe das natürlich auch sehr genau mit meiner Familie abgewogen. Und ein Argument meiner ältesten Tochter war am Ende, mach das für die Menschen. Und das war für mich auch nochmal sehr, sehr überzeugend, auch aus dieser Perspektive, weil ich mit sehr vielen Menschen hier in diesem Volkswagen-Konzern über 30 Jahre verbunden bin. Und am Ende ein erfolgreiches Unternehmen zu haben, kommt natürlich allen Menschen zugute und nicht nur den Menschen, die im Volkswagen-Konzern sind. Das sind die vielen Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, das Lieferantennetzwerk, die Handelsorganisation, aber auch an den Standorten, wie wir sind. Wir haben allein 120 Produktionswerke. Da hängt natürlich dann noch deutlich mehr dran, wie der ganze Einzelhandel, die ganze Service-Dienstleiste, die dabei sind. Und insofern ist die Verantwortung über den Volkswagen-Konzern dort schon immens. Und für mich ist es einfach, Verantwortung zu übernehmen und aber auch was für die Menschen zu tun. Und das ist ja schon enorm, wie viel Verantwortung. Also ich meine, da reden wir nachher nochmal drüber, diese Auswirkungen, die der VW-Konzern auf Deutschland, auf Europa hat. Das ist schon eindrucksvoll. Bevor wir in das ganz Große schauen, vielleicht erstmal in das ganz Kleine zurück. Viele, viele Jahre. Du bist aufgewachsen, deine Kindheit, deine Jugend und dein Studium hast du umweit von der VW-Zentrale verbracht, nämlich in Braunschweig, wenn ich richtig recherchiert habe. Und du hast dich für ein Maschinenbaustudium entschieden. Warum damals Maschinenbau? Hast du VW-Türme gesehen und dachtest, da möchte ich irgendwo mal hin oder wie kam man dazu? Also ich habe mich in der Schule immer für Naturwissenschaften interessiert und habe dann für mich mal so abgewogen, was so die richtige Richtung wäre. Ich hätte mir Physik sehr gut vorstellen können und Maschinenbau war mir dann nochmal etwas universeller, weil im Maschinenbau ja dann auch viele Fachrichtungen dabei sind. Da ist die Mathematik dabei, es ist auch Physik dabei, Chemie ist dabei, aber auch konstruktive Themen und Mechanik. Das war für mich so ein Auslöser, weil ich mich für diese Zusammenhänge sehr, sehr interessiert habe und ich aber auch gesehen habe, dass gerade Ingenieure eine sehr gute Perspektive haben. Ingenieure immer gebraucht werden, um etwas zu entwickeln und das war für mich dann eine große Motivation. Das ist schon ein Studium, wo man schon einiges auch machen muss, aber ich habe von klein auf immer gelernt, wenn du etwas erreichen willst, dann musst du auch etwas dafür tun. Und das ist so ein bisschen dieser Mindset, den ich auch von meinen Eltern mitbekommen habe. Das heißt, Sie hatten auch schon diese Einstellung, deine Eltern, man muss anpacken, damit man etwas schaffen will. Ja, also mein Dad hat einen Supermarkt geleitet, unweit des Volkswagen-Werks, in der Porsche-Straße. Das sind dann so schöne Parallelen, ohne dass ich damals je darüber nachgedacht habe, bei Volkswagen oder bei Porsche zu arbeiten. Das war also kein Thema, du hast nicht studiert mit den Hintergedanken, ich will später mal Automobil machen? Nein, überhaupt nicht. Du bist offen ins Studium gegangen? Ja, ich bin komplett offen ins Studium gegangen und dieses, was zu leisten, das habe ich auch von meinem Vater immer mitbekommen. Ich habe als Junge dort auch viel in seinem Laden dann mitgeholfen. Später dann, dass das Studium auch selbst finanziert, da habe ich als Tennistrainer dann gearbeitet und war aber erstmal sehr offen. Und das ist für mich auch eine Sache, die ich immer auch weiter verfolgt habe, an neue Themen ranzugehen, aber dann am Ende ergebnisoffen zu sehen, was dabei rauskommt. Und ich bin immer neugierig, auch neue Themen zu machen, aber dann die richtigen Schlüsse zu ziehen, dort dann was draus zu entwickeln. Und als ich dann fertig war, das war damals eine Zeit, das war eine Wirtschaftskrise in Deutschland. Es waren wenige neue Jobs, das war so 1993, 1994. Und ich habe dann überlegt, was ist so der beste Startpunkt, in so ein Unternehmen reinzukommen. Viele Unternehmen haben damals noch Trainee-Programme angeboten. Das war so das wenige, was sich viele dann auch aufrechterhalten haben. Direkteinstieg haben viele Unternehmen zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr gemacht. Und bin dann mehr auf Trainee-Programme gegangen, dort aber auch branchenübergreifend. Also ich hätte mir genauso vorstellen können, auch zum Markenartikel-Unternehmen zu gehen. War in engem Kontakt mit Procter & Gamble und Unilever damals und habe dann ein Angebot von Audi bekommen. Und was mich bei Audi überzeugt hat, bei Audi war so ein Spirit des Aufbruchs. Audi hat damals so einen Switch gemacht in der Produktstrategie, hat damals das erste Aluminiumfahrzeug mit dem Audi A8 auf den Markt gebracht. War das IP-Echtzeit als Vorstandsvorsitzender. Und dann, Pirch wechselte damals gerade in den Volkswagen-Konzern. Pirch ist, meine ich, 1993 in den Volkswagen-Konzern gewechselt. Herbert Demel als Vorstandschef hat damals Audi übernommen. Da waren viele Umfänge, die Pirch eingeleitet hat, die Demel sehr, sehr gut dann aufgebaut hat. Und dann ist bei Audi so eine tolle Entwicklung entstanden. Audi A4, Audi A3, Audi TT. Und das war für mich zum Lernen eine ganz, ganz tolle Zeit, diese zehn Jahre bei Audi zu verbringen. Immer mehr Verantwortung zu übernehmen. Aber das operative Geschäft zu lernen und dann in so einem tollen Spirit mit vielen Menschen, die dann auch international dazukamen. Und das hat mich dann sehr geprägt, auch für die weiteren Schritte. Ich will unsere Zuschauer mal mit in deinen Lebensweg nehmen. Und zwar, das hattest du gerade schon gesagt, 1994 hast du den Einstieg in den Audi-Konzern geschafft mit dem Trainee-Programm. 2001 hast du in Shanghai deine Promotion abgelegt. Und anschließend folgten ja Positionen bei Seat, ich muss mal spicken, bei Audi Seat und zuletzt bei Porsche, wo du dann auch den Vorstandsvorsitzenden gemacht hast oder warst. Und jetzt bist du letztes Jahr Konzernvorsitzender geworden von Volkswagen. War das so das Ziel, was du immer hattest, Vorsitzender von Volkswagen zu werden? Und wie war die Situation, als du es dann wurdest? War das so das Gefühl, boah, endlich habe ich es geschafft? Oder nimm uns mal mit in diesen Moment. Ja, also ich habe die Meinung, dass man eine Karriere nicht planen kann und auch nicht versuchen sollte, eine Karriere zu planen. Ich bin immer so nach der Maxime gefahren, Aufgaben anzunehmen, von denen ich überzeugt war, dass sie zu mir passen und für die ich eine Leidenschaft hatte. Und habe das nie so gemacht, zu überlegen, ich muss jetzt diese Funktion machen, um danach das zu erreichen. Sondern für mich war es immer wichtig, die Aufgabe, die ich immer gemacht habe, so gut wie möglich zu machen. Und alles andere hat sich dann von alleine ergeben. Und das ist für mich auch immer so eine Empfehlung, die ich dann auch jungen Menschen gebe, dem Herzen nachzugehen, der Leidenschaft. Und wenn du etwas magst, dann machst du es auch besonders gut. Und danach sind dann eben verschiedene Stufen gekommen. Ich habe das für mich dann auch immer sehr genau abgewogen. Ich habe das Glück gehabt, ich bin immer gefragt worden. Also ich musste mich nie um irgendwelche Jobs dann kümmern oder reisen. Und zuletzt war das ganz genauso. Ich habe mich damals gefreut, als ich gefragt wurde, zu Porsche zu kommen. Matthias Müller hat das damals gemacht, den ich schon aus der Audi-Zeit kannte. Er war dann im Konzern, hat dann damals Porsche übernommen und fragte mich dann, ob ich die Produktion übernehmen wollte. Und das war für mich dann auch nochmal ein toller Schritt, neues Unternehmen kennenzulernen, nachdem ich Audi, Seat und Volkswagen gut kannte. Und als dann der Dieselskandal kam, wurde Matthias Müller angeboten, den Volkswagen-Konzern zu übernehmen. Und da kann ich mich noch sehr genau daran erinnern, wie er mich dann gefragt hat, ob ich das dann bei Porsche weiterführen würde. Und ich war noch relativ jung, war bei Porsche auch erst zweieinhalb Jahre. Es war eine große Herausforderung, das zu machen und bin dann über die Jahre in diese Aufgabe reingewachsen. Und im letzten Jahr ist dann der Volkswagen-Konzern an mich reingetreten und hat gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, den Volkswagen-Konzern zu übernehmen. Das war dann diese Abwägung, die ich am Anfang schon besprochen habe. Und wenn ich jetzt nochmal so beide Vorstandsaufgaben miteinander vergleiche, war für mich vielleicht sogar die größere Herausforderung, auch ob des Alters, ob der Erfahrung, den Porsche-Vorstandsvorsitz zu übernehmen, als die Verantwortung für den Volkswagen-Konzern. Weil ich einen Vorstand dann schon über viele Jahre gemacht hatte, habe auch ein Gefühl dafür, wie man ein Unternehmen führt. Und das ist mir dann eher einfacher gefallen, dort sofort die Linie zu finden und zu wissen, wie ich das Ganze angehe. Ja, verstehe ich. Ich glaube, das erste Mal Vorstandsvorsitzender als Konzern zu werden, ist was Neues und das zweite Mal nicht mehr. Was ich mich frage, ist, du wurdest ja davor schon als Vorstandsvorsitzender für den VW-Konzern gehandelt. Ich hatte mir das Interview in der Wirtschaftswoche angesehen, ich glaube, das ging eine Dreiviertelstunde. Das war von vor zwei Jahren, da wurdest du da schon gehandelt. Das heißt, davor war es ja schon in der Luft, dass du den Konzern übernehmen würdest. Wie ging man mit sowas um? Hatte man dann so gedacht, okay, ich kann es mir dann auch vorstellen? Hat man dann aktiv weiter darauf hingearbeitet? Ich gebe erstmal nichts auf Spekulationen. Ja, und da gibt es natürlich viele Leute, die sich dann Gedanken machen, wer kann das, wer kann das machen? Und da kommen dann natürlich schon verschiedene Vorstandschefs der unterschiedlichen Marken des Volkswagen-Konzerns infrage. Das ist ganz normal und das ist für mich kein Thema, wo ich mich dann groß mit beschäftige. Für mich ist immer wichtig, mich dann auf den jeweiligen Job zu fokussieren. Ich habe das auch immer gesagt, ich bin Porsche-Chef und mache das mit großer Leidenschaft. Und das ist meine Hauptaufgabe, dass es dann im letzten Jahr dazu kam. Das ist für mich erstmal eine große Ehre, dass man mir das zugetraut hat, mich dann gefragt hat. Und dann war es für mich am Ende die Abwägung, ist das für mich jetzt der richtige Berufsschritt, das zu machen? Und das habe ich dann eben gemacht und habe eben gesagt, es ist für mich auch ein Stück weit Verantwortung, beim Volkswagen-Konzern zu helfen. Wie ich eingangs gesagt hatte, natürlich auch was für die Menschen zu tun. Was ich ganz spannend fand ist, häufig, wenn ein neuer Chef kommt, ich meine VW, das muss man ja auch sagen, es ist einfach ein Unternehmen. Ich weiß gar nicht, ob man es so selber wahrnimmt, wenn man so drinsteckt, aber jeder redet drüber. Das ist ständig im Fernsehen, ständig im Gespräch, das ist einfach eine Firma, die das Land prägt wie kein anderes. Und deswegen wurde natürlich auch, als es dann bekannt geworden ist, dass du diesen Job bekommst, war das ein Thema. Und es wurde viel geschrieben und was ich spannend finde, wenn man so recherchiert und liest, was über dich geschrieben wurde, ist es durchweg Positives. Und das ist tatsächlich bei vielen anderen, die wir interviewt haben, war es durchaus kritischer, als sie in ihre Top-Jobs gekommen sind. Und ich fand es spannend, vor allen Dingen, was die SZ schrieb, die hat geschrieben, was ich auch spannend fand, dass du der Anti-Dies seist und dass man nur Gutes über dich höre. Und dann schrieb sie, dass du eine coole Socke seist, die wahnsinnig strukturiert ist und kein Selbstdarsteller ist. Das merkt man, finde ich auch schon, in dem Gespräch. Wie würdest du dich selber beschreiben? Ist das eine Beschreibung, wo du dich mit identifizieren kannst? Ja, mir ist es wichtig, eine große Nahbarkeit zu haben und ich habe mein ganzes Leben so gelebt, dass ich immer eine enge Verbindung zu den Menschen hatte und habe auch versucht, dass ich mich über die verschiedenen Etappen meines Berufsweges jetzt als Mensch nicht verändert habe. Natürlich habe ich Erfahrungen dazu gewonnen, agiere auch anders, aber es ist immer wichtig, dort mit einem starken Team zusammenzuarbeiten. Und da gehört Vertrauen dazu, es gehört Fairness dazu und ich mache da immer sehr gerne Parallelen. Ich bin leidenschaftlicher Sportler und liebe es, ein Unternehmen zu führen wie ein Sportteam. Das ist ein großer Wert auf Performance und auf Leistung, auf der anderen Seite aber auch auf den richtigen Teamgeist. Und da ist es eben auch ganz wichtig, Teamgeist hat ganz viel mit Führung zu tun, wie du mit Menschen umgehst. Und insofern war das immer eine ganz große Maxime in allen Aufgaben, die ich gemacht habe. Und ich trenne auch nicht, wenn ich jetzt mit Leuten zu tun habe, von welcher Hierarchie jetzt jemand kommt. Und ob das jetzt ein Kollege ist, der in der Produktion bei uns arbeitet oder eine Kollegin, die im Vorstand arbeitet oder jemand aus dem Aussichtsrat. Für mich sind das Menschen und ich versuche immer jedem auf Augenhöhe zu begegnen. Und das ist das, wo ich immer sehr gut gefahren bin und das werde ich auch nie lassen, egal was passieren wird. Gab es da eine Vorbildfunktion für dich? Also weil es ist, finde ich, nicht normal für so ein Konzern, dass man alle Menschen irgendwie gleich behandelt. Weil man kennt so krasse Hierarchien, man legt sehr viel Wert auf seinen Status und das ist bei dir ganz anders. Gab es da eine Vorbildfunktion, der du nachgegangen bist? Vielleicht erstmal Hierarchien. Aus Hierarchien mache ich mir nicht viel. Und Hierarchien sind notwendig, um ein Unternehmen zu organisieren. Und das entwickelt sich ja auch mal weiter, wie Hierarchien gelebt werden, wie man auch Verantwortung delegiert. Und das ist mehr ein Organisationsprinzip, kein Verhaltensprinzip. Für mich war beispielsweise, mein Vater war ein tolles, tolles Vorbild, der das auch unheimlich verstanden hat, mit Menschen umzugehen. Das war ein leidenschaftlicher Kaufmann, hat sein ganzes Leben Supermärkte geführt. Und da hat man ja auch mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun. Und ich habe das immer bewundert, wie er dann mit den Verkäuferinnen oder mit dem Kollegen, der die Mützgerei geführt hat, wie er diese aus unterschiedlichen Menschen dann so ein Team geformt hat. Und ich glaube, das hat mich schon geprägt. Oder ich selbst habe viele, viele Jahre Fußball gespielt. Und in einer Fußballmannschaft ist es eben auch wichtig, da gibt es auch unterschiedliche Talente, die dann aber zu einem Team zusammenzubringen, die richtigen Menschen an der richtigen Stelle zu haben und diese zu führen. Der Trainer spielt eine große Rolle. Nimmst du dich als Trainer wahr? Bist du so eine Art Trainer von Volkswagen? Ja, ich habe mich immer so als Spielertrainer gesehen. Und das beschreibt, glaube ich, auch meine Rolle sehr schön, dass ich bei Porsche in einer sehr operativen Führungsfunktion bin. Im Konzern ist es sehr, sehr strategisch. Und das ist so was, so ein Spielertrainer zu sein, der eine klare Richtung vorgibt, der aber dann auch mal aufs Feld geht, wenn es notwendig ist und operativ anpackt. Und das ist so eine Rolle, glaube ich, die ganz gut beschreibt, wie ich arbeite. Die Nahbarkeit bringst du jetzt gerade schon im Gespräch rüber. Und was ich noch super faszinierend an dir finde, also du bist Mitte 50, du lenkst zwei Konzerne als Vorstandsvorsitzende, die im DAX sind, du hast eine Frau, du hast Kinder. Es wirkt alles irgendwie super gut bei dir. Was ich herausfinden will, ist, was waren so Rückschläge in deinem Leben, die du mal erlebt hast, die dich auch geprägt haben? Also mir ist zunächst erstmal wichtig, dass ich eine intakte Familie habe und einen tollen Freundeskreis. Das ist auch so die Basis, wo ich die Kraft rausziehe. Und das ist, wir haben vorher über Organisation gesprochen, für mich dann eben auch immer wichtig, sich dafür Zeit zu nehmen. Und das ist auch so eine Empfehlung gerade für junge Leute, die in eine Karriere einsteigen, immer die richtige Balance zu haben. Man spricht ja über Work-Life-Balance und die ist für mich eher die richtige Zeit für die richtigen Themen, sich dann auch zu nehmen. Und die hast du? Und hast Zeit in deiner Rolle für Familie und Freunde? Und dann die Kraft zu haben. Ja, klar. Also das mache ich auch, wenn ich jetzt Urlaubszeiträume mit meiner Familie mache, die sind geblockt, die sind heilig. Es ist auch, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, das ist dann auch im Kalender geblockt. Und da gibt es dann, viele meiner Freunde haben auch verantwortliche Aufgaben und das muss man dann im Vorfeld planen. Aber das nimmt sich dann auch jeder. Das sind dann heilige Termine. Ja, und diese Balance, die hat eine ganz besondere Bedeutung. Und ich glaube eben, du kannst nur erfolgreich sein, wenn du eben auch ein ausgeglichenes Leben hast. Und ich finde also zu Erfolg, das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg, sondern zu jedem Erfolg gehört auch Misserfolg dazu. Was sind so Rückschläge, die du mal erlebt hast in deinem Leben? Ja, ich habe erstmal das Glück gehabt, dass sich so meinen Berufsweg sehr kontinuierlich aufgebaut hat und ich da keine großen Rückschläge hatte. Ich habe natürlich Projekte gehabt, die nicht optimal gelaufen sind. Und das ist dann eben auch wichtig für sich selbst, eine sehr ehrliche Analyse zu machen. Was kannst du besser machen? Ich mache das beispielsweise so, dass ich das Wochenende für mich immer nehme zum Reflektieren. Das hat ein Stück weit was mit Kalenderplanung zu tun, aber auch, dass ich mir nochmal die letzte Woche anschaue, nochmal die Sachen durchgehe und für mich sage, was hat denn gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt, was kannst du das nächste Mal besser machen? Das heißt, am Wochenende nimmst du dir die Zeit, gehst die Slots im Kalender durch und überlegst dir, was ist da passiert, was war nicht so gut, was kann man optimieren? Genau, das ist jede Woche. Und dann schaue ich mir auch die nächste Woche an, was in der nächsten Woche ist. Ich mache das auch als Methode, sowohl für den Porsche-Vorstand, als auch für den Volkswagen-Konzern-Vorstand, dass ich immer reflektiere, was ist nach unserem letzten Treffen passiert. Das hat etwas damit zu tun, eine Transparenz zu geben, was an Themenfeldern behandelt wird, weil natürlich nicht jeder bei jedem Thema dabei sein kann. Das ist für mich immer wie im Sport, alle auf Ballhöhe zu haben. Dann spielt man den Ball auch in die richtige Richtung und vor allen Dingen aufs Tor. Das hilft aber auch, nochmal zu reflektieren, auch im Team. Wo können wir noch anders ansetzen, was können wir besser machen? Und dann schaue ich mir an jedem Wochenende an, was kommt in der nächsten Woche, wie bereitest du dich vor und wo legst du den Schwerpunkt in den jeweiligen Runden? Dein Stadion oder deine Zuschauerschaft ist riesengroß, wenn man sich die Größe um in den Sport mit hat. Ich stelle mir das immer als Fußballspieler so verrückt vor, wenn man da in die Arena läuft und 80.000 Leute einzuschauen. Aber wenn man überlegt, wie viele Leute auf dich schauen, weil ihr Job von ihnen abhängig ist, sind das zehn große Fußball-Arenen. Fast 700.000 Leute arbeiten für euch insgesamt. 250 Milliarden Euro Umsatz, 8 Millionen produzierte Autos. Das ist nicht vorstellbar, zumindest für mich nicht. Wie ist das für dich? Was machen diese Zahlen mit dir? Ist es manchmal so, dass du abends im Bett liegst und denkst, boah, da lastet echt viel Verantwortung auf mir? Natürlich ist das Verantwortung, aber du hast das ja nicht immer präsent, dass jetzt da 700.000 Menschen in einem großen Konzern arbeiten oder die vielen, vielen mehr, die eben auch noch dazugehören, Partner, Handelsnetz, so wie ich das eingangs auch beschrieben habe. Und der eigentliche Führungskreis oder die Menschen, mit denen du kontinuierlich zu tun hast, der ist ja deutlich kleiner. Und da ist es für mich eben auch wichtig, die richtige Mannschaft zu haben, die richtigen Profile, Persönlichkeiten und Qualifikationsprofile an der richtigen Stelle zu haben. Das ist auch wieder wie in einem Sportteam. Da kann ich jetzt nicht nur mit Künstlern arbeiten, sondern ich brauche auch welche, die die Arbeit im Hintergrund machen, wie im Sport eben auch. Und das ist für mich Leadership, das ist Führungsverantwortung, dieses Team dann so aufzubauen. Und ich versuche dann immer die Kreise jeweils so zu schneiden, dass es auch führbar ist. Wir haben beispielsweise bei Porsche eine ganz, ganz enge Verbindung zur ersten Führungsebene. Das sind die Top-Manager. Mit denen treffen wir uns auch regelmäßig, besprechen Strategien, besprechen operative Themen, besprechen, wohin wir das Unternehmen entwickeln wollen. Und das Gleiche habe ich auch für den Volkswagen-Konzern übertragen. Und wir machen dann, und das ist auch ein jährlicher Rhythmus, dass man dann verschiedene Veranstaltungen macht, wo diese Kreise zusammen sind. Wir waren jetzt gerade Anfang September mit dem Top-Manager-Kreis und allen Vorständen des Volkswagen-Konzerns zusammen. Das sind dann so rund 400 Leute. Und das sind dann so die Menschen, mit denen du dann das Unternehmen führst. Und die dann wiederum in ihren Kreisen auch Themen delegieren. Und dazu gehört auch ein Stück weit Methodik. Aber es ist nicht so, dass immer diese 700.000 Menschen präsent sind. Das ist ja auch gar nicht möglich. Das ist dann mehr das richtige Gefühl zu haben, was delegierst du. Aber manchmal macht man sich das manchmal bewusst. Also ich verstehe das, das ist im Alltag natürlich nicht vorstellbar. Aber ist diese Größe des Konzerns schon was, über das man nachdenkt? Oder ist das einfach was, was du ausblendest und sagst, okay, Tagesgeschäft, ich muss meine 100 Leute, die unmittelbar um mich herum sind, fühlen? Also so ein Gedanke jetzt an 700.000, das führt mich ja nicht weiter, wenn ich da jetzt ständig drüber nachdenken würde. Sondern für mich ist wichtiger, so zu führen, klare Leitplanken zu geben. Aber die so zu setzen, dass genügend Spielraum ist, dass jeder sich innerhalb dieser Leitplanken entwickeln kann. Und für mich spielt Unternehmertum eine große Rolle. und Unternehmer sein, kann ich eben auch nur, wenn ich gewissen Freiraum habe. Für das Gesamtunternehmen ist es aber auch schon wichtig, dass da ein roter Faden da ist und eine klare Linie. Und deswegen ist Leitplanken, beschreiben das sehr schön. Und wenn man jetzt mal über so eine Strategie eines Unternehmens sich Gedanken macht, gefällt mir so ein Bild ganz gut, zu entscheiden und dem Unternehmen auch vorzugeben, wohin gehe ich mit der Mannschaft. Und das kann man sehr gut mit einer Wanderung vergleichen, dass man sagt, auf den Gipfel wollen wir gehen. Und dass ich aber auch entscheide, gehen wir über die Nordroute, gehen wir über die Südroute, Westen oder Osten. Das muss ich vorgeben. Dann ist es meine Aufgabe als Führungskraft auch so zu organisieren, dass die Rucksäcke gut gepackt sind, dass ich das notwendige Handwerkszeug habe und dann mache ich mich auf den Weg. Ich weiß aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wie der Weg am Ende aussehen wird. Das ist auch wichtig bei einer Strategie, ein klares Ziel vor Augen zu haben, aber immer wieder sich selbst zu prüfen, bin ich auf dem richtigen Weg, dann kommen unvorhergesehene Sachen, dann ist mein Baumstamm umgefallen, dann muss ich den umgehen, dann ist ein Weg weggespült, da muss ich dann reagieren. Aber ich habe klar im Blick, was will ich am Ende erreichen. Und das ist für mich so ein Modell, wo man sich eigentlich ganz gut vorstellen kann, wie man eine Strategie erfolgreich entwickelt. Lass uns gerne mal bei diesem Thema bleiben, weil eine Strategie braucht dein Konzern, weil ich glaube, es gibt keine andere Branche, die so viel Transformation gerade durchmachen muss, wie deine Branche. Es gibt die Debatte, welche Antriebsformen in der Zukunft relevant sind, es gibt das Thema des autonomen Fahren, braucht man überhaupt noch ein eigenes Auto oder ist es nicht eher Share Mobility? Und wenn ich mir mal, wenn ich in den Westen schaue, gibt es ein großes Autounternehmen, dort im Osten, in China gibt es da große und dann gibt es noch hier in Europa uns also deinen Konzern. Du bist jetzt der Lenker des Konzerns und du hast diese ganzen Herausforderungen. Was musst du machen, um noch irgendwie konkurrenzfähig zu sein, damit der deutsche Autokonzern noch ein konkurrenzfähiges Unternehmen bleibt? Also wenn ich mich jetzt erstmal selbst beschreibe, ich bin ein Pragmatiker, ein Analytiker und ein Stratege. Ich bin nicht unbedingt ein Visionär, ich maße es mir nicht an zu sagen, wie die Welt in 100 Jahren aussieht, aber ich denke in Zeiträumen wie 10, 15 Jahre, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und über diesen Pragmatismus und diese Analytik bin ich so an die Aufgabe rangegangen, dass ich mir erstmal überlegt habe, aus meiner Erfahrung, was sind die großen Handlungsfelder in dem Volkswagen-Konzern, um den Volkswagen-Konzern zukünftig erfolgreich aufzustellen. Das ist dann erstmal ein Sammelsurium an Themen gewesen, um das mal zu besuchen, das waren dann für den Volkswagen-Konzern 75, die am Ende dabei rausgekommen sind. Diese habe ich dann verdichtet. Ich hatte so rund vier bis sechs Wochen Zeit, mich auf die Aufgabe vorzubereiten. Das war dann glücklicherweise auch eine Sommerpause, habe meinen Sommerurlaub dann dafür genutzt und habe dann zehn Punkte rausgearbeitet. Da sind finanzielle Themen dabei, da ist dabei vor allem die Produkte, die für ein Unternehmen wie Volksrahmen wichtig sind, die richtige Produktstrategie zu haben. Design spielt eine große Rolle, Qualität, die Produktrenditen. Die Regionen habe ich dort nochmal aufgefasst, China, Nordamerika spielen dort eine große Rolle. Dann Technologien wie die Technologieplattform, Software ist dort dabei, aber auch sogenannte Enabler-Technologien, um gerade in der Transformation die neuen Fahrzeugprodukte dann richtig in den Markt zu bringen. Batterien, Energien, Ladeservices, Mobilitätsdienste spielen eine große Rolle. Nachhaltigkeit hat für mich eine fundamentale Bedeutung, an unserem Leben zu führen, aber auch der Kapitalmarkt. Und das ist jetzt mal so umrissen, wie dieser Zehn-Punkte-Plan aufgesetzt ist. Und das ist für mich eine Führungsmethode, sozusagen die richtigen Prioritäten zu haben. Der Mannschaft Orientierung zu geben, auf was kommt es an und welche Sachen lasse ich erstmal weg, den richtigen Fokus zu haben. Und dieses Modell, das führe ich schon seit vielen, vielen Jahren, das hat sich immer weiter perfektioniert. Und ich habe mich jetzt auch gefreut, dass diese Fokussierung auch von den Marken des Volkswagen-Konzerns übernommen wurde. Viele Organisationen arbeiten damit. Es ist egal, ob das Zehn-Punkte sind oder Fünf-Punkte, aber es ist die Konzentration auf die richtigen Themen. Und was macht ihr optimistisch, dass ihr an diesen Themen als Gewinner hier vorgeht? Weil ich meine, man muss ja sich anschauen, wie die Wettbewerbssituation nimmt. Ihr habt im Einstiegssegment viel Konkurrenz aus dem asiatischen Markt. Auch wenn ich so mit meinen Freunden rede, was kaufe ich mir als erstes E-Auto? Also da war früher immer klar, erstes Auto ist ein Polo oder ein Golf. Mittlerweile ist mein persönliches Empfinden, dass es anders wird, dass da mehr diskutiert wird. Im Oberklasse-Elektrosegment habt ihr die Konkurrenz aus Tesla. Was macht dich konfident, dass du sagst, auch in zehn oder 15 Jahren, wir müssen gar nicht weitergehen, kaufen die Leute, wenn sie ein Einstiegs- und Mittelklasse, aber auch Premium-Segment-Auto kaufen, ein Porsche oder ein VW und nicht ein Tesla oder ein chinesisches Produkt? Ja, die automobile Welt verändert sich rasant schnell. Okay, wir sind in dieser Transformation und ich gehe davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren mehr Veränderungen entstehen als in den 50 Jahren zuvor. Und so eine Transformation bringt viele Herausforderungen mit sich. Herausforderungen sind aber eine Chance. Und ich persönlich denke immer in Chancen und glaube, dass ich daraus auch ganz viel entwickeln kann. Bezogen auf den Wettbewerb. Ich halte Wettbewerb für extrem wichtig und für gut. Das ist genauso wie im Sport. Wenn du starken Wettbewerb hast und den sehen wir jetzt gerade aus Asien, aber auch in den USA stehen neue Automobilunternehmen. Da musst du besser sein. Du musst dich verbessern. Und am besten dann eben besser zu sein als der Wettbewerb. Und das ist eben genau mein Anspruch. Und da fange ich bei den Produkten an. Das Wichtigste für uns als Automobilunternehmen ist, die Menschen von den eigenen Produkten zu überzeugen. Nicht nur zu überzeugen, sondern zu begeistern. Und das ist die Kernarbeit für mich, die Produkte mit der richtigen Technologie anzusetzen. In der Transformation ist es auch wichtig, sich nicht nur auf sich selbst zu beziehen, sondern eben auch zu schauen, was passiert im Wettbewerb, was passiert im Umfeld, im Lieferantenumfeld, was entwickelt sich technologisch. Und deshalb ist es auch wichtig, die eigenen Kompetenzen, wie starken Marken, die hohe Qualität, das Können und die Erfahrung, tolle Autos zu konstruieren und zu bauen, dann zu verbinden, auch mit neuen Technologien und die richtigen Partnerschaften zu schließen. Wir können und wollen nicht alles selbst machen, sondern wir brauchen auch die richtigen Partner und das weltweit. Und da steht immer im Fokus, wir wollen unseren Kunden immer genau das Ökosystem anbieten, Mobilitätsökosystem, was sie in den jeweiligen Weltregionen erwarten. Und dort haben wir ja auch Unterschiede zwischen der westlichen und der östlichen Welt. Und dafür sind gerade auch Partnerschaften wichtig, aus diesen Regionen Lösungen zu entwickeln für unsere regionalen Kunden. Und dieses Konglomerat, da ist für mich wichtig und für mich auch die Überzeugung, dass der Volkswagen-Konzern eine hohe Relevanz in der automobilen Zukunft haben wird. Wir kommen zu den letzten beiden Fragen, haben auch nur noch anderthalb Minuten, vielleicht kriegen wir sie kurz unter. Die eine, die würde ich dir gerne schon noch stellen. Wir haben, als wir bei Ula Kelenius saßen, viel mit ihm darüber geredet, dass er gesagt hat, okay, die Zukunft der deutschen Automobilindustrie ist im Premium-Segment, weil da ist die Marge, da kann ich gut verkaufen. Du bist jetzt in der Herausforderung, dass du mit Porsche genau das machen kannst und deswegen dort auch klasse Rendite einfierst. Die Marktkapitalisierung nähert sich der von VW immer weiter an. Aber du hast halt auch VW, die zumindest den Anspruch haben, als Volkswagen Einstiegs-Mittelklasse-Modelle zu bieten. Was hältst du von der These, dass man sagt, okay, wir konzentrieren uns als Konzern voll auf das Premium-Segment, da verdienen wir Geld und überlassen Einstieg und Mittelklasse von mir aus den chinesischen Markt. Wie stehst du dazu? Also das ist nicht unser Anspruch. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir zwölf sehr starke Marken haben, die sich in allen automobilen Segmenten dort positioniert haben. Und für uns ist es natürlich schon ein Anspruch, auch Einstiegsfahrzeuge zu bieten, die im Übrigen auch wieder eine Chance für das Unternehmen sind, jüngere Menschen oder Menschen mit einem kleineren Geldbeutel an eine Marke heranzuführen, die dann im Laufe ihres Lebens wachsen und dann in höhere Segmente überwechseln. Und das kann man in jeder Marke sehr schön sehen. Das ist bei Volkswagen früher gewesen, dass man mit einem Up- oder mit einem Polo eingestiegen ist. Mir ging das selbst so. Ich bin Käfer gefahren, ich bin Polo gefahren und habe dann irgendwann auch Möglichkeiten gehabt, mir andere Autos zu kaufen. Es geht aber auch in anderen Marken. Wenn wir jetzt Porsche anschauen, da gibt es den Boxster bei den zwei Thüringen-Sportwagen als Einstiegsmodell. Das ist natürlich schon ein relativ hohes Preissegment. Aber diese Menschen, die ihn kaufen, kaufen dann später in ihrem Leben häufig auch einen 911er. Und diese Entwicklung ist wichtig und damit wollen wir eben die gesamte Bandbreite der automobilen Welt abdecken. Ich darf mit unserer letzten Frage schließen und zwar alle Gäste, die wir davor interviewt haben, haben genau dieselbe Frage beantwortet. Und zwar, wenn du dich jetzt mal in die Lage versetzt, dass du wieder Anfang 20, Mitte 20 bist, so alt wie unsere Zuschauer oder auch wir, aber die ganze Erfahrung hast, die du jetzt gerade hast, welche drei Tipps würdest du deinem früheren Ich mitgeben? Also ganz wichtig ist, sich selbst treu zu bleiben und sich nicht zu verbiegen. Immer seinem Herzen und seinem Bauch zu folgen, denn Themen, die dir Spaß machen, die machst du besonders gut und selbstbewusst sein und dein Ding durchziehen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass du dir in deinen vollen Alltag diese Zeit dafür genommen hast. Und wir wünschen dir und euch ganz viel Erfolg für die nächsten Jahre. Und ja, alles Gute. Danke für deine Zeit. Und auch danke fürs Zuhören. Ja, hat viel Spaß gemacht, das Gespräch, und waren tolle Fragen. Danke. Und für mich ist es einfach auch wichtig, von meinen Erfahrungen was abzugeben. Und ich freue mich über jeden jungen Menschen, der mit Leidenschaft Themen anpackt und am Ende dann erfolgreich ist. Und das merkt man, diese Leidenschaft. Vielen Dank, Oliver. Danke. Danke. Tschüss. 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 Vielen Dank.